Hallihallo Leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge of rising gods genau und mit dabei wieder Nettie hallo ja hallo ich bin auch mit dabei heute so wollen wir den mal hauen ja ja wir versuchen das mal ich kann ein bisschen heilen aber ich glaube was hat der auch nur 10.000 alles gut ja ist entspannt ist ganz entspannt also wir haben jetzt ein bisschen ich habe mein lederer ein bisschen vorangetrieben ich bin jetzt bei 200 229 kirchnern bin ich aber weiter nicht bei 300 war nicht der richtige ich meine der ist kummer mit der ist hier drüben irgendwo der richtig war der das wirklich nicht nee der war das nicht das wird zwar irgendwie angezeigt aber der war das nicht der richtige vogel fliegt hier drüben irgendwo guck weiter okay ist ja verrückt wieso war da das denn nicht du kannst doch mit deinem gewehr auch bisschen schießen ach nee guck mal du hast ein item bekommen platziert den leichnam bei der als torkus flucht bekannten vogelscheuche der achakor so ist das ich jetzt ich habe alles klar aber ich habe das item nicht bekommen du hast das nur bekommen habe ich das bekommen was hier richtig ist der leichnam ja dann kommt er wahrscheinlich runter weil der fliegt ziemlich weit oben und ich habe den bisher immer nur dadurch gekriegt indem ich da hoch geflogen bin den sozusagen irgendwie angepult mit dem okay und geholt aber das ist natürlich vielleicht macht man das so richtig das kann natürlich sein ja der war doch hier irgendwo hier rum hier ist es hier ist es ich bin da okay hier ist diese stelle wo man den dann runter zieht blaue licht hier ja okay ich licht mal das hier hin da da kommt irgendwas das bist du grüne ja ja genau ja das ist der richtige okay der muss man vorher sich noch etwas ein item stück holen und fleisch oder so was und dann den zu locken alles klar jetzt wissen wir ja genau ich habe den sonst immer ohne die stück meine ich das war schwierig und so geht das natürlich viel besser hat mich auch mal gar nicht geklappt vielleicht muss das so sein eigentlich richtig ich glaube auch ja ja ich habe das stück gut eine feder ja okay warte mal ich gebe dir mal noch was ja oh wow dankeschön ja sehr gerne habe ich auch gleich fertig das war ein in den schadrat hast du hast du die denn gemacht das dauert auch so ewig naja ich habe ein bisschen zeit investiert und klar ja nicht aber das ist völlig okay das kann man ruhig mal machen ja ich hatte mich den alter und angeschlossen und habe dann eine quest bekommen wo ich hier male sammeln muss male von kläden aber die hast du glaube ich auch die hast du nicht wahrscheinlich nicht qualifiziert genau da muss ich die vorquests machen ja gut aber das ist nicht so wichtig es geht eigentlich nur darum dass du dadurch ruft bei den aldo gewinnst genau genau da bin ich habe ich mir noch nicht entschieden hast du diese baum milden eigentlich der habe ich gar nicht ach so okay gut sonst könnten wir die noch hier machen müssen wir nicht können wir machen die hat die hier irgendwo glaube ich oder war die hier irgendwo dann könnt ihr die noch annehmen oder also ich habe die kreis ich habe die quest du hast ja okay dann lass mal hier die bäume machen das geht auch hier das sind diese komischen bäume ja die muss man einfach hauen ja und dann gibt es am schluss wenn man fertig ist mit denen diese milden die man dann auch immer so drei vier stück pro frau naja da sind genau 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 wenn du den ordentlich fleckenschaden hast dann nimmt man die einfach so mit da sind sie alle genau achst du einfach das waren ja genau und dann braucht man so 25 ja also 56 von den bäumen und dann ist erledigt und zwar jetzt wir sind bei zwölf also der wert ist ja manchmal kommt auch gar keine raus naja so wie jetzt genau aber die bäume sind ja eigentlich überall ja dass die vielleicht noch einer sonst die andere richtung ja hier drüben ok da sind dann auch noch irgendwelche größeren baum ob es ein bisschen aufpassen aber zu zweit weg da ist noch einer genau da sind noch dann hier genau dahinten auch so ein größeres ja was hat der war das aber auch kein problem das ist echt entspannt doch da sind richtig aber den großen ja mal auch aber ja ja aber der hat die nicht aber noch vier stück genau so noch ach der hat die nicht ne ich glaube der hat die nicht das müssen wir diese kleinen bäume nehmen noch ich bin fertig ich auch ja klar kann man die auch schön vorne abgeben baummelden was habe ich jetzt hier eine krankheit kann ich die nicht mal gucken ob ich die ob ich die krankheit hier läutern kann ja ich kann meine krankheit heilen hast du die ja nicht auch ne 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 ich bin ja jetzt auch wieder das ist ja auch mal so eine sache der paladin kann bestimmte krankheiten flüche und sowas geht nicht aber die krankheiten kann er so was ist das hier noch hier sprecht mit der spären neftis hast du die auch die habe ich schon gemacht ah ok das ist aber ganz einfach nur quest abgeben ja ja genau dann gibt es aber so eine folge quest für die da oben glaube dann gibt es folge quest genau die folge quest habe ich auch noch nicht gemacht ja und das sind irgendwie so ein paar mehrere hier oben das sind ganz schön viele glaube ich da muss man mit irgendwelchen leuten sprechen ja richtig aber da sind wir gerne machen das ist direkt hier oben aber da sind sie achten die sind alle das sind alles hordler dann habe ich die als alle sind die ein bisschen gefährlicher da sind die nämlich alle natürlich rot so ist der das hier ja der war das ach du kannst du hast in die bei dir sind die bei der nicht bei mir sind die rot echt nicht bei mir ist ja okay ist ja lustig wieso das ist keine ahnung ah du bist verkleidet du hast so eine schattenhafte ich habe die nicht weil ich irgendwas anderes gemacht hatte zwischendurch stimmt dann musst du die mal ansprechen wenn ich da hingeht dann hauen die mich hauen die dich ja genau das habe ich mir schon gedacht ja 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 es hat auch gezählt gut gut so und dann ist noch einer der ist hier drüben wahnsinn ja okay hat geklappt sehr schön danke dir das kriegt man natürlich nur wenn man sich direkt annimmt und weil man zwischendurch was an ja ja das ist wahrscheinlich ja du hast ja wie so ein buff das ist die schattenhafte verkleidung genau genau richtig bei dir du siehst ja auch so aus wie jetzt muss man die töten genau wahrscheinlich genau jetzt muss ich wahrscheinlich die kleidung ablegen habe ich auch schon gar nicht mehr und jetzt ja ja jetzt sind sie alle rot dann können wir die alle kaputt machen genau okay da die zehn stück von denen ja genau ja das jeder jetzt braucht keiner genau das sind ein paar mehr hier da braucht man ja zehn von denen schattenhaften beschwören war die hauen ganz schön rein na ja ja genau das meine ich nur hier nämlich alleine bist das wieder eine deutlich schwierigere sache ich habe auch meine erste hilfe ein bisschen angepasst alles klar bin ich jetzt auch bei 370 also ich kann schon froststoff verbände machen kochen müsste ich ein bisschen nachziehen aber irgendwie muss ich da mal noch eine lücke finden so ein bisschen bei der außen sind auch noch welche da drin ist glaube ich in der in der feste genau da müssen wir noch ein dann gehen wir gleich hier rein oder ja machen wir die hänker müssen wir noch suchen ja richtig genau eben muss ich noch ansprechen und jetzt ja er zu zweit ist das wirklich einfach genau und diese schattenhaften hänker die müssen ich auch noch irgendwo rumstehen wahrscheinlich bei der außen das wäre noch ein beschwöre da steht einer ach da ja das sind die mit der mit der axt hier genau solche ja hier sind noch zwei ja ich brauche noch mal kurz ein bisschen ab ich komme gleich hin ja vier von zehn habe ich jetzt genau da würde ich jetzt tatsächlich hier ist noch einer einzeln ob die stehen so mehr so am rand nicht sondern mitte da muss man mal gucken hier ist noch so ne ist noch keiner aber ich meine doch also angezeigt werden überall ja ja da stehen so vereinzelt zwischendrin nämlich ich habe mal noch zwei geholt oder ein zumindest damit dazugehört und drei noch genau so hier drüben rennt noch einer rum dann würde ich jetzt hier mal ein stück ja an dem tor glaube ich sind tatsächlich alles diese mit diese hexer ok so hier und genau genau ich bin fertig ich auch tatsache ja gut sehr schön aber da müssen wir wahrscheinlich wieder zu dem ersten hin da genau mit der folge quest oder gucken steinbrecher ach so wir müssen zurück ja gut dann können wir auch die quest torgos abgeben glaube ich ja genau das ist ja richtig belohnt ich brauche noch zehn prozent ich glaube es reicht noch nicht zehn prozent brauche ich noch ja das sind dann immerhin noch so zehn prozent was sind das noch so 30.000 ich glaube pro quest so ungefähr 10.000 mal gucken die torgos quest könnte ein bisschen mehr bringen torgos ach hier kriegt man auch ein trinket stimmt aber die waren nicht so das eine ist recht gut für dich ok wenn du da angriffskraft erhöhst ich bin jetzt hier schon bei der anderen aber ok da gibt es immerhin 13.000 das ist auch nicht schlecht ja ich habe ja auch 13 bekommen oh da reicht es ja ganz knapp nicht mensch beihändig kann mich wieder nicht entscheiden hier ist alles nicht so doll also gehen wir nach dem gold dann nehmen wir den stab naja ja die waffe ist ja genau immer das gleiche immer diese entscheidung echt ja wo war das jetzt hier ja das ist ein gutes mealy trinket ich kann es so als tank nicht gebrauchen ist leider so leider ach genau ok ja trefferwertung angriffskraft ja das ist auch nicht schlecht hier wobei zauberkraft ist auch nicht schlimm aber ich hätte jetzt äh für die trefferwie angriffskraft ist wahrscheinlich das bessere genau ja 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 wunderbar ok also mir fehlen jetzt tatsächlich noch 3% ja äh wir haben da noch oder hast du noch welche in shatrat da habe ich noch 2 in shatrat habe ich keine aber ich habe auf dem weg zu shatrat eine ja dann fliegen wir mal dahin fliegen wir mal dahin das ist so eine äh äh nicht exkorte so eine patrouille warte mal ich flieg mal zur mana zur mana zur mana halle hier oder wie die auch mal heißt ach ja gz zu 64 ja 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 mal gucken ob die ob ich die annehmen kann das wäre gut ja ja und du versuch mal ganz schnell 64 zu werden ich brüche ich gebe mal mühe um mal ein bisschen Ehrgeiz hier ein bisschen Tempo ein bisschen ein bisschen Druck also vor Silvester jetzt noch 64 bitte ja na klar nein alles gut Silvester ist auch wieder an 2 Tagen das ist verrückt ja ja eben genau das ist wirklich Wahnsinn echt verrückt ich habe mal geguckt eigentlich müsste doch wenn ich das richtig weiß die letzte Folge von uns beiden hier mit den beiden Charakteren war 49 dann kommt jetzt 50 ist das richtig? habe ich das richtig? die 50 habe ich vorhin hochgeladen ach die hast du schon hochgeladen alles klar die ist schon online alles klar ähm dann aber ich werde wir haben jetzt ja auch ein bisschen vorproduziert sage ich mal ja alles gut ich dachte nur 50 ist ja schon ah jetzt kann ich sie annehmen hier genau das ist gut aber ich finde den Kollegen nicht wie heißt der? findet Empor Empor ja genau die kann ich annehmen und ja genau also ich habe die beiden Quests hier dann könnte ich die eventuell gleich tauschen äh Quatsch äh weitergeben ähm eilen wort fehlt die mir gerade der muss hier irgendwo lang rennen der Empor das ist ein NPC der läuft Patrouille und der muss das hast du erzählt genau den habe ich aber auch schon mal gesucht und nicht gefunden der rennt hier also ich habe jetzt auch nebenbei die Datenbank offen von Rising Gods okay und der muss hier aber bis zu 2 rem das ist quasi so ein Dorf ja 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 genau äh muss dann lang laufen so dann fliege ich jetzt ja nochmal den Weg entlang also der läuft doch nur auf den Weg ja ja genau genau das hattest du äh hatte ich das letzte Mal erzählt ne? genau genau aber den habe ich auch gesucht ich glaube ich habe die wieder abgebrochen aber ich habe den nicht gefunden jetzt hier er könnte hier hier ist er hier läuft er oh das ist aber auch mies der hat ja nicht mal mehr ein Fragezeichen über dem Kopf also ach so ja ach so jetzt muss man den töten aha ja okay jetzt hab okay das ging schnell jetzt kann ich sie abgeben alles klar mir fehlt jetzt das ist nicht wahr ich habe 100% ne jetzt fehlen die 50 oder 10 oder sowas oder einer ne mit fehlen tatsächlich 1500 erfahrungspunkte aber das ist nicht schlimm weil hier gibt es auch gleich wieder was genau zum zum abgeben der hatte nämlich wieder ne folge ich mach das jetzt einfach mal alles gut bin das sofort oder wie viel quest wie viel erfahrung bringt jetzt okay genug das denke ich auch ja dann weiß ich gar nicht wie ich mich so richtig skillen soll wie ich mich weiterhin skillen soll also ich bin ja schutzbau mit fast durch also bin durch okay ja alles erforderliche ja und dann muss man ja ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen trefferwertung oder sowas ne ja irgendwie genau so in die richtung windläuf windhändler lad 3 genau jetzt habe ich es so in den 64 genau 64 ja geht's jetzt super dankeschön jetzt versuche ich mal die zu teilen hier ob das geht hier das geht habe ich sehr gut ja das sind die beiden dann kannst du ja mal anmelden ach ne ich bin der chef hier dann muss ich anmelden und zwar den kriegen wir mal auch spezielle mana grove richtig ja alte gruppe betreten okay es läuft mal gucken ich habe es jetzt mal angenommen ach fällt ein damage die das gibt es ja nicht oh ja das müsste ja eigentlich schnell gehen mal gucken das geht sonst machen wir einfach weiter mit den quests hier eigentlich wenn man 64 ist könnten wir ja schon in nackranz ne ja genau genau und da gibt es doch diese ganzen eigentlich für dich als lederer wäre das auch ideal da gibt es doch diese tier da gibt es diverse tiere die man da töten muss stimmt okay wollen wir das wollen wir da hin ja können wir gerne machen ja genau ich werde wieder ein paar quests abbrechen ja genau ich muss das mir auch nochmal genau überlegen hier welche ich hier so mache das kann weg waldwog pelz ich meine auf dem weg dahinter gehen wir doch auch irgendwo so ein weg von schadrat aus kann man da ja auch hingehen zu fuß genau genau da gibt es auch irgendwo eine quest die man einsammeln kann einfach nur damit man diesen punkt findet du meinst da achso das weiß ich gar nicht ja es kann auch sein der ist ganz nah da dran das ist einer ich glaube ein zwerg auf einer auf so einem mechanischen vogelstrauß da irgendwo wo du gerade bist glaube ich das kann auch sein dass der direkt bei diesem lager schon ist ich halte die augen offen ich fliege den weg entlang ein nackern das ist auch eins meiner lieblingsgebiete echt das macht so viel spaß aber kann ich jetzt ich muss mal jetzt so einen mob töten um zu gucken ob ich die kirschnern kann achso nicht dass die jetzt hier sagen hier ja noch nicht oder so vom skill bin ich jetzt kirschner 311 und ab wann kann ich achso ja nicht dass es heißt ab 350 oder so nee 320 oh aber der war jetzt 64 wenn ich jetzt hier gegner finde die 63 sind muss doch ja sonst machen wir doch eine quest hier in dem anderen gebiet da sind sie 62 oder 61 das kriegen wir doch hin glaube ich das ist ja ein druck ja die sind ja nämlich 64 65 ne und da fehlt halt das ist ja echt unglaublich dann lass uns doch diese wolf diesen wolfspelz machen diese wolfspelz quest wie heißt die noch waldwalk irgendwas genau 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 aber kannst du die teilen ich habe die abgebrochen achso ja klar klar warte mal ich bin jetzt hier gleich mal da und guck mal hier kann ich teilen warte mal warte mal bleib geblieben das ist hier genau ah perfekt danke das scheint zu funktionieren und diese kannst du auch noch das sind bestimmt die magische stil jawohl danke das sind auch noch solche viecher die man ganz bestimmt kirchnern kann genau und hier sind die alle zugange bist du schon hier ja der kirsten ist das hier das ist der den du meintest der ja genau genau das ist so eine art pur quest der ist auch nicht kann man nur einmal schnell annehmen genau ich bin gerettet der woher mein 11.000 und dann kriegt man die kann man nicht bei dem hier schon abgeben genau gut dann lass uns mal noch mal schnell einmal darüber fliegen glaube ich ist ja ja mal gucken wo sind die die sind hier hm was ist denn mit unserem immer noch ein dd ha gibt's doch nicht hier muss ich ja mal titania herholen ja siehst du die fehlt jetzt nämlich genau ja ja das ist schon klar so ist mal ein bisschen platz wieder gemacht im questlock ich habe hier nämlich fünf lederquests hast du dann auch alles gesorgt was du kannst ja 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 ich habe mich ja auch irgendwas hatte ich dir noch geschickt glaube ich meine ja ich habe jetzt hier zwei games genau das ist auch sehr gut die passen sehr sehr gut so dann waren sie zu die wölfe ne ganz einfach das zwei und diese schlangen da gibt man so so sechs und diese magischen störungen die kann ich heute ja ja da war jetzt welches level 62 aber eigentlich eigentlich ist es doch ich kann doch jedes wild tier heute also kürzmann da 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 ist jetzt rein weiß nicht ob man die ob die leder gibt keine ahnung ne die kann ich nicht die kann die erste komplett gelootet ne ja ja klar die kann ich nicht lassen wir mal hier die wölfe nehmen ich glaube die spinnen gehen nämlich auch nicht ne da machen wir nur die wölfe und vielleicht diese sperrenjäger das fährenjäger ja genau die gehen immer so die sind plötzlich nicht mehr zu sehen da sind irgendwie unsichtbar kurzzeitig ja jetzt bin ich bei 313 schön es geht voran es geht voran aber irgendwie hatten die das item noch nicht oder nicht ich habe es schon zweimal bekommen jetzt ach ok deswegen alles gut ja jetzt habe ich auch eins alles gut ach den kann ich noch nicht den kann ich erst ab 15 mir fehlen das ist doch lächerlich wenn wir nicht zwei punkte hast du dann brauchst du die 62er das ist auch ein 63er hier das ist echt krass oder das ist aber knapp jetzt ja ja das ist knablos da ist noch ein teil drin das muss ich mal raus holen so jetzt ja jetzt geht's ok ok einen bräuchte ich noch der ist 63 den kannst du nicht haha lustig was ist mit dem hier da ganz hinten ist noch einer ja ok haha ist ja spannend Knotenhaut Lederfetzen bekomme ich da ja genau richtig die kannst du dann halt zusammenbauen glaube ich ne ich glaube ja so jetzt bin ich bei 315 jetzt kann ich die 63er 60er auch nehmen ja genau ich muss auf 320 kommen ja das geht ja ganz schnell damit ich die 64er auch nehmen kann aha ok ich bin es bei 17 ich kann auch die hier ist noch einer stimmt die die wir eben da hatten genau die kann ich ja auch kirschnern ja jetzt kann ich es haha super das ist aber genau auf den Punkt jetzt genau ach der eine ist despawned ist aber schade ok ok einen bräuchte ich noch ja wieso wir machen doch die quest hier echt na gut das ist natürlich noch ein bisschen aber das bringt dir ja was das geht ja auch noch weiter mit den Skillpunkten glaube ich ne ja ja na klar das ist ja das da kann ich dann machen wir das fest erst fertig es dauert noch ein bisschen weil wir ja jeder das teil einsammeln müssen hier von denen ich habe jetzt vier ja ich habe auch ja glaub ich ja ich hab ne doch auch vier wahrscheinlich kannst du ab 325 auch die 65 genau das geht dann immer in 5er schritten also das ist auch immer pro level dann also pro level 5 punkte quasi ja genau und da ist auch ein sphärenjäger nee das sind die Motte irgendwo sind die sphärenjäger die müssen ja auch noch irgendwo sein diese Echsen mhm ja aber irgendwie tut sich hier nix los ne fehlt immer noch ein DD komisch ich kann ja mal im äh ddd db äh 60 plus ach so mach jemand Fragen genau jetzt habe ich 6 Stück so jetzt ist er leer ach schön ich fühle mich aber gut dass ich das dass ich mich da durch beiße mit den lederern ja genau dann bringt das dann auf jeden fall mehr das ist auch der erste den ich so hoch habe tatsächlich haha nicht schlecht ich hatte noch nie einen Lederer ja genau weil deswegen ist es natürlich ein bisschen ungünstig dass es jetzt halt ein Krieger ist ja der schwere Rüstung trägt oder Platte aber nicht so ganz ja aber egal im Grunde irgendwas kann man aber glaube ich auch als Lederer ich weiß gar nicht mehr irgendwas war da auch müssen wir wieder nochmal gucken tja wo sind denn die die ähs Sperrenjäger die sind ein bisschen weiter ja aber hier muss man mal ein Stück fliegen richtig ach schön ich kann zwar mit dem Knoten und Leder noch nichts anfangen haha ne weil du noch nicht mit dem Leder der Verarbeitung so hoch bist genau ja aber ich hab schon mal da genau aber das kann ja nicht schaden ja jetzt kommt mal eine Spinne ach so ja ich weiß nicht die kannst du nicht ne 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 die kann ich nicht ledern Kurschmann Kurschmann genau das funktioniert leider nicht na jetzt hab ich noch so eine Spinne rangeholt na egal jetzt gehts los oh Gott ich bin Damage Dealer ne echt ja ok so mal gucken kannst du den Hank mal unterstützen gehen wir rein ne ok äh ja genau wir sehen uns in der nächsten Folge tschüss tschüss